Hey Leute, ich bin's MacPavaric. Eine Vielzahl Apps sind auf unserem Smartphone installiert. Die meisten Apps davon brauchen wir nicht, warum wir Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp und diese Apps gar nicht brauchen. Und wie wir das trotzdem alles nutzen können, zeige ich euch jetzt. Schaut mal hier, Instagram. Das ist nicht über die App betrieben, sondern bei genauen Hinsehen sieht man hier oben, ich habe das über meinen Browser geöffnet. Und genauso kann ich das mit sämtlichen Apps machen. Ich kann das mit Facebook machen, ich kann das mit YouTube machen, ich könnte das auch mit WhatsApp Web machen. Eigentlich mit allen sämtlichen Dienstleistungen und diese dann hier im Browser verwenden. Das hat den Vorteil, dass das Gerät nicht so zugemüllt wird. Schauen wir uns doch einfach nur mal den Speicherplatz von Instagram an, wie viel das verbraucht. Hier sehen wir die App von Instagram 614 MB. Die könnten wir mal locker freigeben und somit unser Handy beschleunigen und auch den Speicherplatz eben entleeren. Ich hoffe, dieser kleine Tipp war hilfreich. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPavaric.